Die rechte Hand ist tot, bei uns steht wohlgesinnt. So. 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 Alles klar, Aufträge, was haben wir denn so? Oh, dann so einen richtig schweren. So einen. Und da kommt der mit. Der mit. So. 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 Gift kann man zumindest wieder auffüllen. Ich gucke mal gerade, was ich habe. Also okay, das reicht. Pistolen auch. Gift habe ich gerade aufgefüllt. Drauf vom... Na, die Messer vielleicht. Aber ich habe dafür noch andere Dinge. Ich denke, das reicht, um Sequenz 6 zu beenden und den Baron de Valois zu töten. Okay, Bartonomeu, seid ihr bereit? Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgengraut. Geht in Formation! Trojanisches Pferd. Vor Sonnenaufgang mit den verkleideten Söldnern die Festung am Castra Pretoria erreichen. Alle französischen Truppen an den Posten auf dem Weg eliminieren, bevor sie Alarm auslösen können. Verlöse Synchronisation, kein Korat der Gesundheitsanzeige verlieren. Das fängt gerade richtig an hart. Könnt ihr nicht mal normal laufen? Wir folgen jetzt Bartolomeu und den Söldnern. Aber wenn dann angezeigt wird, dass wir ein Ziel ausschalten sollen, dann müssen wir das still und heimlich tun. Hier drücken wir es, Jungs! Hält ihr damit! Oh, okay. Schon mal verkackt. Ah! Ich seh ihn! Da! Naja, ich hab 50% aber naja. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Césarée lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäume nicht. Was immer der Franzose glaubt, Césarée will selbst König sein. Euer Mangel an Respekt wird euch noch teuer zu stehen kommen. Weitere Tropfen vor uns. Misericordia! Mist, nicht schon wieder! Der Plan ist intelligent, aber ich mag solcherlei Knitte nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Césarée und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst geschrieben. Darum kümmere ich mich. Okay, lo- Weiter. Worum es auch gehen mag, lasst mich bitte aus dem Spiel! Ich sehne den Tag herbei, an dem Roma aus diesem Borgia-Albtraum erwachen. Heilung! Gesundheit! Egel! Erledigt sie, bevor sie angreifen. Habe ich doch. Jungs. Ganz ruhig. Weiß schon, wovon ich rede. Oh, wir sind da, oder? Oder fast da? Ich weiß es nicht genau. Länge her, dass ich Assassin's Creed Brotherhood gespielt habe. Oh, wir sind da, oder? Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Ihr könnt Französisch. Es gab ein paar Französinnen in Firenze. Hehe. Danke, Freunde. Danke, danke. Général D'Alvianno. Anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmassung von einem Mann ohne einen Titel im Namen? Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen! Lasst ihr Glocken wachsen und gib mein Weib frei! Ihr Wilden lernt es nie. Komische Klickung. Haltet ihn auf! Ich bin ein Heer zu entführen, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommt nachher. Au revoir. Den Baron Devaluar überwältigen und eliminieren. Die Mission in weniger als 5 Minuten beenden. Kann ich nicht versprechen. Ja, ich weiß, das Assazin zu Euromini ist möglich. Das war ein Idiot. Ich kenne den Mann. Kommt nachher. So, los geht's. Tor offen. Oh, Freund. Oh, Freund. Schade Ah Muss an der Ausführung noch ein wenig was ändern Weniger 5 Minuten Könnte knapp werden Aber können auch geschafft werden Hmm Oh nein. Oh Gott, wieso entdeckt ihr mich denn so gerade? Oh nein, es hat doch gut geklappt. Es hat doch sehr gut geklappt. Mann. 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 Das war's für heute. So, mein Freund, jetzt bist du Geschichte. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. Che tu sia pari nella morte. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Okay. 100%. Wir haben einen Assassinen mehr. Sequenz aber 6 beendet. Pro 3 von Baron de Valois erhalten. Alles sehr schön. Und lassen Sie uns ja rum und ihr natürlich. Ist klar. Machen wir auch. Noch. Na ja. Ezio, Ezio, Ezio. Sequenz 7, der Schlüssel zur Burg. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018